Vielleicht möchten Sie sich davon inspirieren lassen und einige Tipps selbst in die Praxis umsetzen. Welche Qualitäten benötigt ein kompetenter Redner, um seine Botschaft zielgenau zu vermitteln? Schauen wir uns dies einmal an. Erstens, Sie lieben es zu organisieren. Eine gute Vorbereitung des Vortrags ist die halbe Miete, um Ihre Inhalte kompetent präsentieren zu können. Bringen Sie daher von vornherein eine solide Struktur in Ihre Themenschwerpunkte. Entscheiden Sie ganz genau, welche Punkte eher an den Anfang der Präsentation gehören und welche zum Schlussteil passen. Konzipieren Sie schon in Ihrer Vorbereitungsphase einen roten Faden, an dem Sie sich immer wieder orientieren können. Somit haben Sie sich einen guten Ankerpunkt geschaffen, der Ihnen Sicherheit gibt, wenn Sie sich während Ihres Vortrags verzetteln sollten. Zweitens, lassen Sie Ihre leidenschaftliche Seite aufleben. Damit Sie Ihr Publikum mitreißen können, sollten Sie vorab ein Thema wählen, für das Sie selbst Feuer und Flamme sind. Nur so gelingt es Ihnen, die Zuhörerschaft von Ihren Argumenten zu überzeugen und Sie zum Umdenken anzuregen. Außerdem verhindern Sie damit, dass Ihr Publikum sich langweilt und mit den Gedanken abschweift. Wenn Sie selbst den Funken in sich entfachen können und für ein Thema brennen, wird es Ihnen um einiges leichter fallen, auch andere von Ihrem Enthusiasmus zu überzeugen. Drittens, seien Sie ehrlich und glänzen Sie mit Authentizität. Jetzt mal ehrlich, jeder von uns hat ein besonderes Gespür dafür, ob man gerade angelogen wird oder nicht. Das kennen Sie bestimmt auch. Sobald man das Gefühl hat, dass es jemand nicht ernst meint mit dem, was er sagt, dann schalten die meisten Menschen automatisch ab und widmen sich anderen Dingen. Sie schauen dann beispielsweise auf Ihr Handy oder spielen an einer Haarsträhne.